Hey Battlefield Freunde, hier ist We Are Lost. Ja, sag mal, warum spielt denn eigentlich keiner den Medic in Battlefield 1, beziehungsweise haben ihn echt wenige gespielt? Zum ersten Mal ist mir das aufgefallen in der Closed Alpha von Battlefield 1, da wurde die Medic-Klasse echt nur wenig genommen und da war natürlich der Scout-Soldat oder die Scout-Klasse im Vordergrund mit ihren Boat-Action-Rifles ist sie natürlich extrem stark, aber der Medic ist da irgendwie hinten angestanden. Das gleiche sah man jetzt zur Open Beta, denn da gab es auch am Schluss eine Übersichtstafel, wo das Ganze prozentual aufgeschichtet wurde und da sieht man, dass der Medic, die Medic-Klasse, den letzten Platz belegt mit gerade mal 10% aller Spieler, naja, die halt in der Open Beta gespielt haben und das waren alles andere als wenig, denn es waren insgesamt 13,2 Millionen Spieler und davon haben nur knapp 10% eben diese Klasse gespielt. Jetzt frägt man sich schon, hä, warum ist das so? Ich meine, hey, in Battlefield 4 hat jeder den Medic gespielt, denn der hatte natürlich automatische Waffen, also, naja, die vollautomatischen Bratzen und natürlich ein Medi-Paket, um sich zu heilen. Jetzt in Battlefield 1 hat der Medic ja nicht mehr die vollautomatischen Waffen, sondern die halbautomatischen DMR-Rifles, also Designated Marksman Rifle, denn damit kann man sie am meisten oder am besten vergleichen, eben wie die DMRs in Battlefield 4. Da hat der Medic jetzt diese Rifles in Battlefield 1 am Start und scheinbar sind die nicht so wirklich jedermanns Sache. Denn in Battlefield 4 war es damals schon, dass die DMR-Waffen, die ja für jede Klasse verfügbar waren, nicht wirklich genutzt wurden. So kam es auch dazu, dass im späteren Spielverlauf in der Spielentwicklung ein großer Waffenpatch rauskam, der in Battlefield 4 die DMR-Rifles angehoben hat, was den Schaden und, naja, die Benutzbarkeit angeht und man damit versucht hat, die Leute mehr zu diesen Waffen zu bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich die DMRs zwar auch nicht wirklich so ausführlich gespielt habe in Battlefield 4, aber dann doch zu Schluss hin immer mehr gespielter, weil sie eben stärker geworden sind und auch richtig viel Spaß machen konnten, wenn man wusste, wie man damit umgehen muss. Natürlich hat man gegen vollautomatische Waffen mit einer hohen Feuerrate im Nahkampf weniger Chancen mit diesen halbautomatischen Gewehren, als wenn man selber vollautomatische Waffen benutzt, aber jetzt in Battlefield 1 ist das sehr interessant zu sehen, dass die Leute eher auf Assault-Klasse switchen und dabei, naja, in Kauf nehmen, sich nicht heilen zu können, weil ja die Assault-Klasse im Battlefield 1 kein Medipack mehr besitzt und da eher die vollautomatischen Waffen nehmen, anstatt die Heilfunktion. Ich persönlich kann jedoch sagen, dass der Medic immer noch mit einer der stärksten Klassen ist und auch eine der stärksten Klassen sein wird, denn es wurde ja bereits angekündigt, dass einer der größten Faktoren, der größten Probleme des Medics zu Release behoben wurden. Dabei handelt es sich um die Wiederbelebe-Funktion, denn das war in der Open Beta gerade noch der Fall, dass man, wenn man die Spritze dabei hatte als Medic, die Wiederbelebungs-Icons eurer gefallenen Teamkameraden nicht wirklich richtig angezeigt bekommen hat bzw. teilweise verschoben waren und die Körper eurer gefallenen Kollegen ganz woanders lagen als da, wo euch das Wiederbelebungs-Icon angezeigt wurde. Das wurde jetzt gefixt, das funktioniert jetzt auch richtig gut und bringt damit natürlich den Medic wieder zu einem enormen Vorteil, gerade für das Team. Denn Wiederbelebungen sind essentiell und wichtig im Battlefield 1, vor allem aufgrund der Tatsache, dass jetzt im Conquest-Modus das Ticketsystem wieder so geändert wurde, dass Kills, die ihr macht, auch zu euren Tickets dazuzählen bzw. die Tickets beim Gegner natürlich auch runterlaufen lassen und so jeder wiederbelebte Kollege bei euch natürlich auch wieder euch ein Ticket rettet. Daneben sind die DM-Air Rifles oder die halbautomatischen Gewehre, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, alles andere als schlecht. Natürlich habt ihr nicht die hohe Feuerrate wie bei einer Automatiko mit 900 Schuss pro Minute, aber ihr könnt die meisten Gewehre ziemlich effektiv und schnell triggern und dabei auch sehr genau schießen, weil es eben Gewehre sind und ihr nicht so einen krassen Spread habt, wie es zum Beispiel bei, naja, vollautomatischen Waffen gerade auf mittlere Distanz oder natürlich an einer weiteren Distanz der Fall ist. Denn diese Gewehre sind gerade für mittlere Distanzen und auch darüber hinaus ausgelegt, können aber auch, wenn ihr richtig damit umgeht, im Nahkampf ordentlich was weghauen. Denn auch das Hüftfeuer ist alles andere als extrem ungenau. Wenn der Gegner direkt vor euch steht, könnt ihr auch aus der Hüfte schießen, schnell triggern und damit versuchen, den Gegner wegzumachen. Manche Gewehrarten der Medik-Klasse haben auch die Möglichkeit, den vollautomatischen Modus einzuschalten, wobei ihr also nur noch einmal auf der linken Maustaste gedrückt halten müsst und dann automatisch durchführt. Kann ich persönlich jedoch nicht so wirklich empfehlen, da solltet ihr ja wohl selber den Einzelfeuermodus einfach entsprechend durchtriggern, denn das ist weitaus genauer. Natürlich sind viele Faktoren mit dabei, die einfach dazu führen, dass der Medik weniger gespielt wird als der Assault zum Beispiel. Denn wie gesagt, Assault, vollautomatische Waffen, im Nahkampf natürlich mehr oder weniger das Maß aller Dinge und natürlich die einzige, mehr oder weniger einzige große Panzerabwehrklasse, wie es damals eben der Ingenieur war, jetzt der Assault. Und Fahrzeuge sind in Battlefield 1 natürlich extrem gut, extrem stark. Wir kennen ja schon die Debatte über OP-Panzer und sonstiges. Von daher finde ich es natürlich gut, dass die Mehrheit auch Assault spielt, um auch was gegen Fahrzeuge tun zu können. Ob sie auch wirklich effektiv dabei gegen Fahrzeuge vorging, was gerade auch Beta und so der Fall war, kann ich jedoch nicht so wirklich ganz bestätigen. Das war dann eher so, ja, ich will halt eine gute KD haben, deswegen Infantry-Gameplay, vollautomatische Waffen und ab geht's. Ich bin jedoch der Meinung, und das habe ich durch meine viele Spielstunden und Spielzeit jetzt auch gelernt, dass die Medic-Klasse wirklich eine der stärksten Klassen, gerade auch was Infantry-Gameplay angeht, sein wird, weil sie eben die Hallfunktion hat. Wenn ihr unter Feuer seid, ihr kriegt Schaden, dann könnt ihr schnell um die Ecke laufen, euch ein Medipack hinschmeißen, euch hochheilen und dann wieder in den Kampf gehen. Und für Nahkampfaktionen habt ihr auch noch die Sidearms, also die Pistolen, die ja aus der Hüfte geschossen, extrem genau sind. Gerade wenn ihr einfach in Close-Quarter-Situationen seid, wo vielleicht die MPs das Assault den Vorteil haben, könnt ihr eine entsprechende Pistole nehmen, die auch gut Schaden macht und damit auch gegen einen Assault-Sidaten gewinnen. Teamplay ist aber weiterhin das A und O, von daher, wie gesagt, die Medic-Klasse eine der wichtigsten Klassen, um eure Teamkameraden jetzt einfach auch effektiv wiederbeleben und natürlich auch heilen zu können. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das Spielverhältnis, also das prozentuale Verhältnis der gespielten Klassen zu Beginn, zu Release des fertigen Spiels, also des fertigen Battlefield 1 dann gestalten wird, ob dann mehr auch Medic-Spielen einfach diese Klasse auch zu schätzen wissen, denn ich kann euch nur raten, da auf jeden Fall mal reinzugehen, euch mit den Waffen auseinanderzusetzen, denn das ist wirklich ein cooles Spielerlebnis und bringt euch wahrscheinlich auch richtig viel Spaß. Wenn ihr grundsätzlich ein Medic-Spieler seid und auch in der Beta von Battlefield 1 viel Medic gespielt habt, dann könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Freund dieser Klasse seid oder eher sagt, nein, die Klasse ist für mich nicht mehr das, was sie in Battlefield 4 der Fall war, mit Medic-Pack und natürlich vollautomatischen Waffen, ich gehe lieber zum Assault, zum Supporter oder jetzt doch schlussendlich zum Scouter-Daten. Eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren und wenn euch das Video gefahren und informiert hat, freue ich mich natürlich über euren Burst auf den Like-Button, Freunde und natürlich über euer Abo hier auf meinem Kanal. Wenn ihr zukünftig keine Videos rund um Battlefield 1 verpassen wollt, seid ihr natürlich hier alle herzlich willkommen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, beharrt euer Ziel immer am Auge, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde, euer Lost.